So. Als ich da auch nicht drauf gekommen bin. Es ist einfach nicht in meinem Hirn drin, dass man auf Gegnern, die fliegen, draufstehen kann. Das macht für mich keinen Sinn. Ich bin davon der Überzeugung, dass die kaputt gehen, wenn man auf die drauf springt. Den nehmen wir mit. Kann ja nicht schaden, ne? So. Gut, dann geht's hier weiter. Äh, links oder rechts? Ob das gut war, ist jetzt mal dahingestellt. Ach, guten Tag. Hallo. Okay, ist hier wieder Diggin angesagt. Das ist hier ganz angenehm mit dem Stern. Äh, hier war's glaub ich egal jetzt. Ach, Mist. Egal. Kriegen wir schon hin. Ach, nee. Nein. Okay. 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 Schnell rein. Okay. Nehmen wir die schon mal mit. Oh, das war die Schlange, ne? Oder war das überhaupt was? Nehmen wir mal hier rein. Ein Powerblock. Können wir den mitnehmen? Können wir mitnehmen? So, f***t euch mal. Ach nein, da ist ein Herzchen. Da kommt ein Herzchen. Noch ein Powerblock. Nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Auch noch ein Powerblock. Ist wahrscheinlich. Natürlich. Vielleicht kriegen wir jetzt noch mal ein Herzchen. Nee, kein Herzchen. Mach auf. So. Ah, jetzt kommt die Schlange. Gut. Das war's pretty easy. bis auf dass ich noch was neben verloren habe also ein energie okay es ist möglich dass ich 40 leben bekommen aber das werde ich hinkriegen so ich versuche wieder mein bestes nicht halt meine fresse der erste ist irgendwie am schwierigsten keine ahnung der läuft irgendwie am flüssigsten warum auch immer ist ein leben besser als gar nichts ja Naja, aus dem 40 Leben wurden 4. Na, besser als gar nichts. Habe ich heute bestimmt zum 100. Mal gesagt. Aber trotzdem. Das ist sehr gut. Na gut dann. Ach, jo. Das gab's ja auch noch. Der olle Wasserfall. Oh. Und ab nach oben. Oh. 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 Okay. Das ist das Ding, wie da da oben auf der Pflanze draufsteht, ne? Ja. Wow! Voll weggerutscht, ey. So, den einen lasse ich, wie immer, da oben stehen. So, und rein da. Münzen! Yay! Irgendwo war hier eine Zeitanhalteuhr, genau. Eine Zeitanhalteuhr! Okay, das andere Vieh ist weg. Soll mir nur recht sein. Birdie. Ja, natürlich. Okay, Nummer eins! Mist! Nee! 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 Nummer zwei. Fuck you! Weil das immer so lange braucht, bis der das in der Luft annimmt. Der Peach! Komm, schieß deine Scheiße! Ach ja! Das wollte nicht Stutt bringen! Fick dich, Mann! Das hätte ein Doppeltreffer sein müssen! Nimm es! No! So- Stirb du Dummer. Spast. Da komm ich nicht dran, tut mir leid. So. Okay. Ah, ja. Brennen wir uns Leben wieder. Welt 3 2. Lasst mich in Ruhe. Ich will nix mit euch zu tun haben. Genauso wie mit euch. Ja, natürlich. Welp. Ja. Ich hätte mir auch einen von den Dingern mitnehmen können, aber nö. Rauschen, ne. Oh, lasst mich in Ruhe. So, darf man einen mitnehmen. Für den kleinen Mann hier. So. Uah. Okay, dann komm ich doch wenigstens runter. Trank. Sehr schön. Münzchen. Was haben wir hier noch? Nix. Okay. Ah, jetzt kommt dieses Olle in Anführungszeichen Rätsel wieder. Ups. clips. So. Jetzt kann ich's nochmal machen. B, ich werd getroffen jetzt. Okay. Ich stell mich jetzt immer direkt davor, bis auf jetzt hier bei dem, der jetzt kommt. Oh, ich hätte den vorderen eben sollen. Ah, ging aber auch. So. Damit er bloß nicht abprallen kann, der Bombe. Ich kann das mit der Leiter noch nicht so. Ja. Bist du schon wieder weg? Das ist sehr schön. Pau. Okay, das war gut. Was kommt denn jetzt? Nichts. Oh, nicht schlecht. Schnell wieder runter. Ah. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich. 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 Ich bin stolz auf mich.